Das Hotel Brees Canyon Penis liegt in Brees Canyon in Utah. Das Hotel Brees Canyon Penis ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Sieben Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur sieben Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 5,2 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,2 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,2 von 6 Sonnen bedanken. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Lage des Hotels ist in den Augen der meisten Gäste zufriedenstellend. Es werden 3,3 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 2 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.